aber nächste bau auf geht das haben wir hier das und zahlenfeld wir nehmen erst mal die normalen war ja vier stück zwei weiß zwei schwarz und mori sucht mal dieser ist schwarz schwarz mori sucht du mal so war jetzt mit so sternen und leds das ist ein extra modul ja habe ich okay ja das erste ist ein rot blaues kabel ohne led und ohne stelle ein rot blaues muss man nur sagen habe ich durchtrennen muss oder nicht das zweite dann muss da macht du mal die eine zahl mit den vier knöpfen kannst du auch notieren dass wir da ist eine 1 und notiert ja immer was ich an welcher stelle drücken 1 ja was soll ich drücken zweite position die zweite position war eine 1 ok ich hab's verstanden nächste zahl ist die 4 such schon mal raus ok ja erste war rot blaues kabel rot blaues ich sag was macht die 4 noch eins falsch eins oder erste position neue zahl ist eine dreieck ist jetzt die erste also du kannst alles löschen was du gesagt hast eine 3 wegzittert gibt es einen stern oder nicht ne ne kein stern kann erlässt ihr es ist eine 3 gewesen dritte position eine 3 neue zahl ist die 4 äh kappt das kabel wenn die letzte ziffer der seriennummer gerade ist dritte position ist eine 1 gewesen neue zahl ist die 3 mori ist das zweite kabel ist ein weißes mit stern und led was ist 3 ja dritte position dritte position war eine 4 neue zahl ist auch die 4 mori ist schon was erkannt weiß kabel led voll anstrengend mann durchtrennen sie das kabel glaube ich ok das war falsch neue nächste ist blau ohne led ohne stern aber nur blau so was dritte position so was dritte position ok war eine 2 die neue zahl ist eine 4 wir haben noch eine minute und so langsam wird es knapp mit dem dritten zumindest nicht durchtrennen ok das nächste ist weiß ohne led ohne stern also nur ein weißer draht wo ich verstehe das hier kaum so drücken sie den knopf mit derselben aufschrift das was auf dem display war oder das was du gedrückt hast das was ich gedrückt habe nie das ok dann ne 4 ok war richtig so weiß ist nur weißer draht mori ist komm komm das ist doch nur ein ding auf das ich gucke das ist eigentlich nur c durchtrennen sie das kabel ok war richtig wir hatten noch 4 sekunden 42 das ist mega anstrengend ja du musst halt über die schnittmenge suchen ja ich weiß aber das ist voll schwierig 4 sekunden reicht doch locker ja willst du noch einen blubster ähm ja das muss man erstmal das muss man erstmal